Charakterfest Sie sagen zum Beispiel, Sie finden das und das nicht gut, aber wenn es leichter ist, dann machen Sie das, was Sie vorher als nicht für gut gehalten haben. Oder Sie lassen sich korrumpieren, Sie nehmen Bestechungsgelder an oder Sie drehen Ihr Fähnlein nach dem Wind. Charakterfest heißt, bei seinen Prinzipien zu bleiben und seine Versprechungen zu halten, auch wenn es schwierig wird.